Seltsam genug, aber dies ist eigentlich die erste umfassende filmische Dokumentation über die Gesamtgeschichte der Easter Gallery. Immer wieder kommen dort Fernsehkameras, Teams aus aller Welt, aber die machen eigentlich nur zwei, drei Schnappschüsse. Man kann hier sozusagen als Tourist über 1,3 Kilometer lang sich anschauen, aber welche Geschichten stecken eigentlich dahinter? Und da haben wir uns sehr konzentriert auf die Künstlerinnen und Künstler, die das 1990 in Angriff genommen haben, zunächst als eher spontane Aktion gedacht, hat sich daraus jetzt ein wichtiges nationales Denkmal entwickelt. Wir denken, aus der Easter Gallery ist längst etwas geworden, was größer ist als die Summe ihrer Teile. Diese Gallery steht ja jetzt heutzutage als Symbol für Freiheit und Menschenrechte. Es ist das einzige Relikt noch, dieses sozusagen auch Todesstreifens, der dahinter sich entwickelt, zu stregen, in Berlin war ja sozusagen dann die Grenze. Dort sind junge Menschen, Kinder umgekommen, dort wurden Flüchtlinge erschossen. Und bei der Easter Gallery lässt sich das nun in einem Kontext anschauen, der irgendwie packender, sinnlicher ist, als vielleicht bei der offiziellen Gedenkstätte in Berlin, in Bernauer Straße. Dort ist alles sehr akademisch, sehr durchstrukturiert. Bei der Easter Gallery ist es eher ein lebendiges Unikum, das haben halt Künstlerinnen und Künstler geschaffen. Das ist sehr unterschiedlich und zieht eben auch deshalb sicherlich diese unglaubliche Menge an Touristen und auch Passanten an, die das zufällig sehen. Aber es ist wirklich ein Magnet geworden und Berlin tut gut daran und auch eigentlich der Bund, dass man dieses Mahnmal erhält. Und das ist sehr nah,